In diesem Video geht es um die besten drei zusammenklappbare Elektrofahrräder. Der erste Platz das High-End-Produkt. Das neueste E-Fartbicke mit Doppelmotor verwendet zwei bürstenlose Motoren vorne und hinten. Der abnehmbare 17A Lithium-Ionen-Akku ist im Fahrradrahmen integriert und steht nicht vor. Das faltbare E-Bike verfügt über ein kürzlich aktualisiertes Farbdisplay von Yonlin, das genaue Fahrparameter und eine USB-Ladefunktion bietet. Reiner Elektro-Modus, TIS-Modus, Tempomat-Modus und Pedal-Modus. Alle drei Betriebsarten verfügen über ein Fünf-Gang-Unterstützungssystem. Die vorderen und hinteren Stoßdämpfer verbessern die Traktion, Kontrolle und Fahrqualität des Fahrrads erheblich, um maximale Leistung zu erzielen. Dieses faltbare E-Bike ist mit Vorder- und Rücklichtern ausgestattet, wobei die Rücklichter auch Blinker- und Bremslichtfunktionen haben. Jetzt direkt sparen! Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz der Preis-Leistungssieger ermöglicht es Ihnen, abseits der ausgetretenen Pfade zu fahren und ermöglicht es Radfahrern, die Batterie leicht aufzuladen. Die leistungsstarken Nabenmotoren ermöglichen es Ihnen, mühelos in jeder Situation hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Tatsächlich ermutigen wir Sie, im Schnee und am Strand zu fahren. Das ist, wenn der wahre Geist des E-Bikes mit fetten Reifen zum Leben erweckt wird. Zufällige Bremsleistung auf diesem schnellen E-Bike bietet starke Bremskraft, auch auf unebenem Gelände. Stellen Sie sicher, dass Sie auf den Punkt anhalten. Hydraulischer Stoßdämpferrahmen, 7-Gang, Shimano, Getriebe, Gashebel, Telefonretterung, Hupe, Metallkartflügel, geeignet für den Langstreckendämpfersitz und so weiter. Es sind die kleinen Details, die einen großen Unterschied machen. Der LED-Scheinwerfer sorgt dafür, dass Sie nachts alles sehen können. Das integrierte Bremslicht wird über den Hauptbatterie-Pack mit Strom versorgt und leuchtet bei Betätigung der Bremsen auf. Der dritte Platz das Sparprodukt. Spezielle strapazierfähige Geländeluftreifen mit 20 Stern 4 Zoll, verschleißfester und starker Griff, ermöglichen es Ihnen, leicht in verschiedenen Umgebungen wie Bergen, Schnee, Stränden und so weiter zu fahren. 15 A-Aku Das Batteriegewicht beträgt 4 kg, die reine elektrische Leistung beträgt 40 bis 60 km und die leistungsstarke Rückrufbatterie-Lebensdauer beträgt 70 bis 100 km. Der Rahmen besteht aus hochwertigem Aluminiumlegierungsmaterial und die maximale Tragfähigkeit beträgt 100 kg. Die vorderen und hinteren Scheibenbremsen ermöglichen ein schnelles Bremsen und halten Sie auch auf unebenen Bergstraßen sicher. Hydraulischer Stoßdämpfer, 5-Gang-Schaltung, Gashebel, Händehalter, Upe, Pedale, Metallkottflügel, gefederte Langstreckensitze und so weiter. Wir haben Lager in Polen und die Lieferung dauert nur 4 bis 6 Werktage. Ein professionelles Afterseals-Team steht Ihnen zur Lösung Ihrer Probleme zur Verfügung.